Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Star Wars Outlaws. Ich bin mal für mich da hinten reingegangen und habe mal die Kontaktpersonen da raus gesucht. Es war jetzt nicht wahnsinnig spannend. Wir haben mit dieser Oberhackerin kurz geredet und sie hat gesagt, naja, bevor ich mit dir halt wirklich was mache, musst du irgendwie so einen imperialen Dekodierer oder sowas ähnliches holen. Haben da Koordinaten bekommen, diese südlichen Wasserfälle und da sollen wir hin. Neben dem, falsche Taste, haben wir noch ein paar andere Aufgaben. Also das ist es mit der Hackerin, von der ich gerade erzählt habe. Eineinhalb Kilometer weg und in Toshara haben wir hier einerseits Gorak, der mit uns reden will und dann haben wir hier noch Sabotage. Nachdem festgestellt wurde, dass Pikesyndikat sich in Chabas Kratu-Schmuggel einmischt, heuert ein Verstrecker des Hut-Kartells namens Verkei an, um ihre Kundenliste zu stehlen. Das wird bei ihnen den Ruf hoch machen. Und da halt beim Pikesyndikat. Ich hab auf, eigentlich weil ich wegen der Grafikkaiteneinstellungen was gesucht hab, hab ich noch ein paar Tipps zu Outlaws gelesen. Und zwar einerseits soll man am Anfang ein Syndikat so richtig hoch pushen, weil wir da gute Ausrüstung kriegen und wir sollen den Speeder upgraden. Also das mal so im Hinterkopf. Und dann haben wir hier noch Schatten der Täuschung. Das hab ich in Gesprächen mitgehört. Danke hat K. Einer geheimnisvollen Sabak... Ah nein, warte mal, das war nicht das. War das das hier? Äh, nee. Ach, das war das hier. Wertloses Schiff. Ein Pike namens Shinjo ist Opfer einer Betrugsmasche geworden und hat ein wertloses Schiff gekauft. Also auch das könnte man hier noch verfolgen. Ähm... Vielleicht machen wir das. Wo ist denn das? Also wir sind da hinten. Möchtest du eine Schnellreise machen? Jaaa! Und dann gehen wir mal raus aus dieser Stadt. Ah, okay. Süddele. Wo ist der Kollege? Irgendwo da hinten. Hm... Wo könnte der sein? Er hier? Ah, warte mal. Mit dem müssen wir auch mal reden. Hey, ich hab den Hauptgewinn. Echt jetzt? Du machst Witze. Hier dein Anteil. Ich hab doch gesagt, das lohnt sich. Du hast echt geliefert. Danke. Okay. Cool. Mensch, hätten wir aber ein bisschen mehr investieren können. So, wo ist der Dude? Ach, warte mal, die Wetten. Das mach ich jetzt mal. Das mach ich jetzt mal. Wer läuft denn heute? So, der mit den wenigsten Harzkreisen wär der Favorit. Das wär er hier. Soll man 50 machen? Das wird schon. Ja. Okay. Mal schauen, ob ich ein zweites Ball gewinne. Oh. Ah, scheiße. Platz vier. Ah, drei. Zwei. Komm, 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 komm. Ah, shoot. Komm, 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 komm. Ja, er zieht vor, er zieht vor, er zieht vor. Yes. Sehr geil. 3800. Es läuft. So, wir haben den Suchbereich, glaub ich, wieder verlassen. Oder ist er hier drin? Ich weiß ja überhaupt nicht, nach was ich da Ausschau halten soll. Steht da vielleicht irgendwas im Journal noch? Äh, einmal da. Der Rudas Imbiss. Eine Mechanikerin. Ne, warte mal, das ist es. Ist es eine Leitermechanikerin? Da, wer hat das Schiff? Im Park namens Chincho. Hm. Chincho findet sich beim Waschdienst im Glücksspielviertel. Ach, beim Wachdienst. Entschuldigung. Nicht Waschdienst. Wachdienst. Wachdienst. Ist aber nicht die da hinten, oder? Ne. Wachdienst, Wachdienst, Wachdienst. Und nach. Ja, da hinten wird's nicht sein, oder? Ne, da geht's wieder raus. Aber hier macht doch gar keine Wache. Wir brauchen endlich mal wieder Frischfleisch. Die Leute hier wärmen einfach immer wieder ihre alten Tricks auf. Ja, hier? Bist du, Jinjo? Und wenn ich es bin? Der Schlickwühler, bei dem du dein Schiff kaufst, will dir einen Schrotthaufen andrehen. Das taugt nichts. Man kann hier einfach niemandem trauen. Du willst bei den Parks aussteigen? Wäre eine Schande, wenn Gorak davon hören sollte. Vielleicht erkauft das dein Schreigen. Ich weiß von nichts. Okay. Easy. Enough. Einfach mal 100 credits. Langsam wird sie badass. So, und dann hatten wir noch das Gespräch da innen drin. Beziehungsweise diese... Ich glaub die eine Spielrunde war's. Gelegenheit. Das war der Auftrag. Okay, das ist die Sabotage. Oder was ist das? Nee. Da. Ist da. Schatten der Täuschung. Irgendwo da drinnen. Moin. Danke. Hab mich gefragt, wann wir uns wiedersehen. Ich brauche jemand Zuverlässiges. Und da dachtest du an mich? An wen sonst? Ich habe mehr als genug Aufträge. Such dir einen aus. Ich seh's mir an. Kann aber nichts versprechen. Brauchst du Arbeit? Hm. Schauen wir mal. Was haben wir denn das alles? Ich schaffe die Fracht und liefere sie ab. Überfalle das Banditenlager. Erziehe Datenstift in Crimson Dawn Viertel. Äh, was für ein Logo? Hat er jetzt nochmal Crimson Dawn gehabt? Lass mal ganz kurz was gucken. Ruf. Okay, mit den zwei Zacken da unten. Das ist Pike. Das ist Pike. Okay. Ich will Pike pushen. Hast du was vergessen? Nee, nee, nee. Dann machen wir das da, würde ich sagen. Gut. Bis danke. Joa, bis denne. Kein allzu großer Auftrag. Aber besser als nichts. Das ist wohl wahr. Boah. Aber hier hinten waren wir noch nicht schreien. Wollen wir noch nicht schreien? Wollen wir noch nicht schreien? Was ist denn das? Ach, Dora. Servus. Und du bist? Kei Wes. Danke hat mich eingeladen. Ach wirklich? Na meinetwegen. Wow. Sehr freundlich. Okay. Das ist also die VIP-Sektion hier hinten. Hahaha. Ich habe so das Gefühl, ich werde hier gleich aufgezockt. Oh, warte, warte. Da mache ich jetzt erstmal kurz ein Foto. Das muss leider sein. Äh, so. Ne? Oh, Foto. Besten Dank. Ja komm, raus hier. Da. Da. Was bedeuten denn all diese Symbole hier drauf? Wirklich? Danke hat dich eingeladen? Ja. Ich bin Kei Wes. Wollen wir spielen? Okay. Kessel Sabak ist eine in der ganzen Galaxi beliebte Sabak Variante, der die Spieler ihr den Chip-Depot trotz der imperialen Steuer gefüllt halten müssen. Äh, okay. Schummeln. Tats. Worteurien. Belohnung. Wertgegenstand. 300. Einsatz 100. Ja, machen wir mal. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Äh. Äh. Okay. Bei Kessel Sabak investierst du Chips, um deine Hand zu verbessern und ein Paar zu holen. Eine Sabak Hand. Um eine Runde zu gewinnen, brauchst du ein Paar. Eine Sabak Hand, die möglichst nah bei Null liegt. Der letzte Spieler mit Chips gewinnt das Spiel und den Credit Pot. Ah. Ah. Also von den Karten dann ein Paar wie. Hm. Also ich kann eine Karte ziehen. Gib mir was Gutes. Eine von... Oh, die ist aufgedeckt. Soll ich die? Karte abwerfen und Zug beenden. Äh. Warum abwerfen? Achso, weil ich jetzt... Ich dachte, ich brauche hier so ein Paar. Hm. Ich will ziehen. Ich ziehe. Ich verstehe es nicht. Dann einmal Tab Regeln. Ziel. Eben, die Hand zu verbessern und ein Paar zu holen. Hm. Das sind zwei Karten, je einer aus jeder Familie. Sand und Blut im Wert von 1 bis 6. Der Kartenort lässt sich am Kopf und am Symbol in der Mitte ablesen. Es gibt drei Karten mit jedem Wert pro Familie. Okay. Okay. Dann ist es umso besser, je kleiner die Differenz zwischen den beiden Kartenwerten ist. Eine Saberkarte hat eine Differenz von 0. Ist das so ein Pärchen? Zum... Zum... Ah. Okay. Jetzt verstehe ich. Okay, 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 okay. So, ziehen und halten. Und eine Karte ziehen. Muss ein Stück investieren. Halten. Okay. Okay. Das heißt... Wäre das jetzt? Diese Bode sind einfach ein bisschen mehr. Soll ich ziehen oder halten? Hm. Soll ich aufrüstern, was hier was ist. Werte. Zwei. Zwei. Ist das eine Drei hier? Oder ist das die Drei? Zwei minus drei. Ähm. Ich will ziehen. Hm. Die mal weg. Zauber. Du hast jetzt eine Saberkarte. Zwei Karten. Unterschiede. Fünf wieder mit gleichem Wert. Die Saberkarte ist näher an der Null und... Äh, ist näher an der Null ist. Es schlägt eine Saberkarte mit höheren Zahlen. Okay. Genie. Genie Nullia. Haha. Süß. Ich passe. Ich werde ziehen. Ja, ich will halten. Ja, halten. Ja, halten. Ja, halte. Ja. Ich halte. Ich ziehe. Okay Das ist ein Sabak Ja Nein Oh, ebenfalls Nope Okay Chip Strafzahlungen Der Rundensieger nimmt die Eigener investierten Chips zurück ins Depot Wer keine Sabakant hat So muss die Differenzen seiner Kartenwerte An Steuern zahlen Wenn man eine Sabakant verliert hat Zahlt ein Chip steuern Alle als Steuer gezahlten Chips werden aus dem Spiel Entfernt Mein Glückstag Oh Er ist überhaupt draußen Ökki So Da haben wir eine 6 und eine 1 Ich hätte die 6 dann glaube ich gerne weg Jetzt sind wir auf einen Wert von 5 Ich ziehe So Kontrollkarten erzeugen Spezialeffekte Und können nur von Einer Ziehen oder Halbnechtung gespielt werden Aha Gratiszug Ignere in diesem Zug die Gebühr fürs Ziehen Zollforderung Andere Spiele müssen ein Chip Steuerzahlen Halte zwei Chips zurück Okay Tja Tut mir leid Leute Gratiszug Und ich will ziehen Na dann Ähm Hochstabber bestimmt einen Bestimmt beim Aufdecken den Wert per Würfel Aha Ich mach das da Karte abwerfen Hochstabber Karte Das heißt Du kommst weg Aber das heißt Ich müsste dann die 1 würfeln Hm Ich glaube Ich ziehe nochmal Neue Karte Ich glaube Zweimal Würfeln Das kapiert nix Ah Hm Ninolea Ich ziehe Ja Letzte Runde Komm Ist ja kalten Ich stetigen Ich passe Boska Jisaut Hochstabler Naja Ich Äh Ich hab Ah na Das gibt's doch nicht Wie viel Glück kann man haben Hochstabler hier Ah Würfel wurden geworfen Wähle ein Ergebnis Um es der Hochstabber Karte zuzuweisen Und deine Hand zu bilden Okay Äh Nehmen wir mal die 2 Ja Wie geil Alles klar Das ist meins Ja dann schauen wir mal Letzte Runde So 3 und die 5 Ich will ziehen Das ist ne 2 Schau nochmal nach Äh Karten Das ist ne 2 Okay Äh Du kannst versuchen zu betrügen Indem du Nix aussendest Um einen Gegner In die Karten zu schauen Was bringt denn mir das Äh Was willst du Okay Der Betrug ist viel geschlagen Und deine Gegner wurden misstrauisch Das soll die K zu häufig kommen Und schon mal entdeckt werden Äh Wird es etwas aus dem Sabaktisch gesperrt Sehr gut Macht Sinn So Ich möchte das hier loswerden Also Zieh ich So da Was ist das Äh Silibkarten passen sich Beim Aufdecken Im Wert der anderen Handkarte Ja Dann hab ich ja wieder gewonnen Ja cool Ich passe So Alles selber kriegen Können nach Ja ja Gut Das hab ich schon rausgefunden Wie schaut's denn hier aus Andere Spiele müssen ein Chipsteuer zahlen Erhalte zwei Chips zurück Ja komm Machen wir mal Ich hab hier was für euch Ob ist das jetzt nicht höher gegangen Gut Jedenfalls Lass ich mir das halten Ja hab ich auch Jees Ich hab noch zwei Münzen bei ihr Eins und ne drei Dann würde ich die Eins austauschen Äh Ziehen Äh Fünf und die drei Abwerfen Nicht städigen Kontrolle Ich ziehe Was ist wenn ich sag Sie hat da noch eine Münze Dann hat sie keine Münze mehr Und ich sag sie muss ziehen Komm mach mal Nimm das Mhm Sie ist fertig Sie könnte das gleiche machen So halten Beziehungsweise Soll ich mal Nochmal schummeln Okay Lass mal gucken Das liegt Okay War nicht so Von Vorteil Fünf oder die drei Fünf oder die drei Halten und zu bänden Ja komm Ah shit Ja klar Ich will ziehen Ich will ziehen Wir ziehen Kann man ja was höheres Als die drei kriegen Und da hab ich ne Eins Und die Zwo Beide schlechter Zwo Komm Geht ihr das jetzt was höheres sein Yes Abwerfen War klar Ja ich kann nur halten Ja cool Und sie ist draußen Heute ist wohl mein Glückstag Gutes Spiel Danker hat er recht Was dich angeht Hast du Lust Um echtes Geld zu spielen Immer Dann hat Danker Auf jeden Fall Was für dich Keine Sorge Ich schlage euch bald wieder Ja doch Das hat jetzt sehr Spaß gemacht Die Gleise ist voller Ja genau Ja Nice Cool 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 Hey Meine Bekannten sind beeindruckt Kennst du Bosnock Er hat da einen Tisch drüben In Kasnusser Backhalle Bosnock Wer hat der einen Tisch bekommen Sein Boss scheint ihn zu mögen Bist du dabei Sieht so aus Dann werde ich nochmal zu Bosnock gehen Ja Aber nicht jetzt Also Eine Spielrunde reicht erstmal Sein Also Ab ins Journal Ich würde jetzt gerne die Hackerin machen Dann komme ich aus der Stadt hier mal raus Durch der Schnellreise In der Nähe Ist es da unten Hm Gut dann wenigstens Schnellreise nach draußen Folgen Ja komm Schnellreise So Ähm Mein Speeder Z Komm Deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause So Aus hier Entsehen Hat der mich gerade echt gegrüßt? Aber wir könnten uns Oh Frames Hallo Können wir uns eigentlich das hier mal anschauen Was hier was interessantes gibt Sind wir jetzt schon ein paar mal vorbeigefahren? Moin Okay Ich glaube die wollen wir uns liefern oder abholen Uh Und auch Ja Und der sieht wieder nach Da nehmt mich so raus Okay Dann geht es wieder raus Hast du es nicht? Nicht hier Aber keine Sorge Okay Schauen wir mal zuhören Hast du vergessen wo das Versteck ist? Wofür hältst du mich? Es ist hinter dem Wasserfall bei Jontas Hoffnung Da sucht keiner Das hoffe ich Wenn wir das Geschäft nicht abschließen Sind wir Glockstar Fras Oh entspann dich Alles wird gut Hey Könnten wir uns bereichern Oh Also Das Licht ist hier echt schräg Und die Performance So 400 Meter Und wir müssen irgendwie Da nach links Das ist das da vorne Ah Imperialius Territorium Ein Sequenzmodulator Dein Techniker sollte einen haben Okay Ich würde sagen wir bleiben hier stehen Das sieht wiederum geil aus Zähm Guten Tag Imperium Oh schon geile Lichtstimmung Von dem Techniker stieren Kommt der gerade zu mir Das kann nicht schaden befürchtet Hier darfst du nicht hin Hm Kollege kommst du zu mir? Komm wir gehen mal hinten rum Ja Er schaut gerade nach rechts Aber ehrlich gesagt Das sind echt wenig Leute Also irgendwie bin ich da gerade einfach drauf losballern wollen Verstanden Ich habe mal mit einem Wookie gerangelt Macht eigentlich Spaß Wenn einem ein oder zwei gebrochene Rippen nichts ausmachen Die Luft ist rein Alles klar Hier ist alles ruhig Was Na gut nex Hol sie dir Ich habe das jetzt nicht gemerkt Jagt das Fass hoch Ja Der ist nicht Nicht gerade so wie geplant Nein das machst du nicht Scheiße Fuck Ja Das lief super Okay Hat gut angefangen Aber dann doch versaut Ach wir haben da Zwei Dudes da oben Hm Aber in dem sehen die mich nicht Ne Nix Jetzt kein Nux Äh Wie sieht es mit dem Gras aus der Hinten Die schauen beide nach wie vor nach links Hm Wie kann ich da die meisten Was 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 Ach nichts die sehen mich Ach Nicht gut Ach wisst was ich lass mich mal umbringen Das bringt ja eh nichts Verdächtige neutralisiert Diese Scharfschützen da oben Sind Bisschen nervisch Ich muss da irgendwie schnell hochkommen Aber zuerst kommt irgendwie Okay Kann ich mein Kann ich mein Kleiner hinschicken Angreifen 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 Explosion auslösen Das machen wir am besten Wenn der wieder zurück geht Und da hinten oben ebenfalls Wenn die da ihre Tour machen Ja geht's da hoch Nice Geil Geil Scheiße Muss ja schneller sein Oh nein Zum Angriff nix Ganz ruhig Höchst zu sein Vielleicht hilft das Das sollten wir überprüfen So Wenn ich die jetzt Auch nur zeitgleich wegkriege Irgendwie Kommt sie mal runter Alter sind die echt zu doof Und geh nicht runter Alle sauber Du da Lass das Nix Fass Hier Wir sind in unsere Richtung Ah Ja Okay Furchtbar Dachte das wird eigentlich Irgendwas Einfaches Ein Sequenzmodulator Ein Technischer sollte ein haben Warte mal Okay Da kann ich hin und her wechseln Wie funktioniert das mit den Granaten? Weil ich müsste in den Ausrüstungenblaster Werksäge Inventar Nee Materialien auch nicht Kernstücke Wertgegenstände Werkzeuge Ist das hier? Ja da Sprengkörper Der Thermaldetonator bekannt ist Darin Detoniert Explodiert Wenn es Mit genug Elektrizität Geladen wurde Aber wie werfe ich das? Hm Was ist hier die beste Taktik? Ja Jedenfalls nicht der linke Bereich hier Belangt ja die ganze Zeit nach links gucken Dann erst mal das mal Ja genau Dreh dich mal um Und bitte mich nicht überfahren Leise nix Leise Wenn ich da pfeife Kommt jemand? Nee Ich halte Wache Nix Jag es hoch Nix Ja Kommt es jetzt da beide da runter? Kontrolliert die Umgebung Hände Die neuen Geschütze in der Basis Sind ein einziges Ärgernis Für die Konfiguration Muffte ich extra einen Sequenzmodulator anfordern Lass uns das hochjagen Befreit mich von den Biesten So schnell 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 Gut Scheiße Nice Sehr gut Auf dich ist Verlass nix Zwar auch nicht wie geplant Aber Naja Immerhin Äh Runter hier Ich will da runter Oh Nein Questgegenstand bitte Danke Gehen wir nix Aila Ich hab deinen Sequenzmodulator Wohin damit? Wes? Gutes Timing Ich sende dir meinen Standort Komm sobald du kannst Ja Wie komm ich denn jetzt hier rein? Der kleine Mann kann es ja natürlich jetzt nicht holen Wie kann ich das abstellen? Ah 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 Ich brauch da die Und der Kieber die Danke Rücken Sie schnell zum Bereich vor Und neutralisieren Sie sich Kannst du das für mich offen halten? Dankeschön Sitterle Hier noch gut ist Okay Das war's Blaster Ah die Blaster Zeit zu verschwinden Nix Ach da ist mein Gefährt jetzt Okay Zitterle Äh Journal Ausrüstung haben wir jetzt irgendwas Neues dazubekommen Achso Ja Questgegenstand Journal Die Hackerin Wir müssen dann wieder zurück Lass mal gucken Da könnten wir aber auch Schnellreise machen Ist ansonsten etwas in der Nähe Wo wir da gerade sind Achso Moment mal Das ist hier da so lang Im imperialen Gebiet Okay Dann schauen wir doch da mal vorbei Wie da jetzt auch gleich andere Fahrzeuge sind Zitterle Geht mal weg Aber die fahren in die falsche Richtung Wow Das sieht so ein bisschen aus wie die Rennstrecke hier Ja Ich glaub das ist Teil von der Rennstrecke Alter Geil Komisch Schaut aus Dankeschön Ja Ja Toll Ja Nee bitte nicht Also ich komm doch da nicht rein Ja Toll Nice Oh scheiße Oh 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 Geil Wir sind einfach weggeheatet Wie kann ich jetzt hier meinen Gesuchtsstatus Oh scheiße Das sind ja neue reale Erstmal weg hier Wie kriege ich diesen Status jetzt weg Einmal ganz kurz Nee Falsches Benüt Jedes Mal Journal Ähm Nee Datenbank Schicht Die Welt Das Anobjekt Die Tutorials Ja nix Fahrzeuge Castle Savick Oh nicht das was ich suche Hm Ruf Macht das dann in der nächsten Episode Dass wir da hinten reingehen Oh man Was ein Fail Bis dahin Ich wünsche euch was Ja liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr es gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis dann Euer Braubucher Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss